Hier ist die erste deutsche Teugesschau mit den Lego Nachrichten der Woche. Zebra. Das verbirgt sich hinter der mysteriösen neuen Lego Themenreihe. Absage. Aufgrund der aktuellen Situation mussten viele Blockbuster nach hinten verschoben werden und dementsprechend werden sich wohl auch einige neue Lego Sets verschieben. Und Hoffnung für VIPs. Es erwarten uns neue spannende Prämien im Lego VIP Prämien Center. All das und noch viel mehr in der heutigen Teugesschau. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Mein Name ist BrickStory und los geht's. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur BrickStory. Heute besprechen wir die Lego Nachrichten der letzten Zeit. Ich hoffe es geht euch soweit gut und ihr bleibt auch gesund. Den Umständen entsprechend. Die Welt dreht sich natürlich weiter. Deshalb gibt es auch neue Lego News. Allerdings falls ihr aktuell so ein bisschen ja Unterhaltung am Abend braucht, nicht alleine sein wollt oder einfach mal ein bisschen abschalten möchtet, gibt es aktuell eine fantastische Aktion von der Klemmbarstein Lyrik ins Leben gerufen. Könnt ihr jeden Abend an einem Lego Livestream hier auf YouTube teilnehmen. Was heißt Lego? Da gibt es auch alternative Klemmbausteine, wo dann halt verschiedene Leute über verschiedene Lego Themen und Klemmbaustein Themen reden. Den kompletten Sendeplan, wann wer Livestreamt, den findet ihr auch noch mal in der Infobeschreibung. Finde ich eine klasse Aktion und wird denke ich mal auch einiges noch stattfinden. Die Sendungen sind schon bis Mitte Mai tatsächlich ausgebucht. Und außerdem hatten Bob Brickman und ich gestern den ersten Livestream hier auf diesem YouTube Kanal. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Das waren teilweise bis zu 1200 Leute, die parallel zugeschaut haben. Das war schon echt sehr, sehr, sehr krass. Und gemeinsam haben wir ein bisschen über die Lego Themen gequatscht und wir haben auch unter anderem auf die neue Lego Ideas Pirate Bay gewartet, die jetzt tatsächlich ab dem ersten April verfügbar ist bei Lego. Ihr könnt die halt jetzt bestellen und Stand jetzt, wo halt das Video hier rauskommt, ist sie sogar noch lieferbar bei Lego direkt. Das bedeutet, ihr könnt sie jetzt halt bestellen und könnt euch dann ein schönes Wochenende machen, wenn sie dann bis dahin da ist. Und natürlich parallel noch einen Livestream angucken. Und an der Stelle sei auch noch gesagt, danke an die Leute, die zum Beispiel meine Links unter dem Video benutzt haben. Das habe ich gesehen, haben auch welche gemacht. Dadurch wird halt der Kanal nochmal unterstützt. Falls ihr die Pirate Bay einkauft und über den Link halt in den Lego Shop geht, erhält dieser Kanal einen kleinen Betrag zurück. Und so kann man halt hier neue Videos finanzieren. Das haben wir hier gemacht. Also vielen Dank an alle Zuschauer, die das gemacht haben. Danke für die Unterstützung. Außerdem gibt es das erste Bild zu neuen Lego Friends Sets. Und die sehen tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Sie sind zwar relativ teuer. Ihr könnt hier unten einmal sehen, die 41430. Das ist dann der große Summer Fun Water Park. Der wird für 99,99 Euro erscheinen. Ihr könnt auch sehen, hier sind neue Rutschenteile dann tatsächlich verbaut. Und auf der anderen Seite die 41424. Die Jungle Rescue Base. Da habt ihr dann so zwei Bäume, wo ihr mit einer Brücke rüberlaufen könnt. Da unten ist noch ein Elefant. Hier ist natürlich auch wieder eine Rutsche drin verbaut. Ich denke, das ist ein ganz lustiges Set. Kostet dann tatsächlich aber auch 80 Euro. Das wäre es mir persönlich noch nicht so ganz wert. Aber ihr wisst ja immer Bescheid bei Lego Friends Sets. Da kann man schnell mit Rabatten von 30, 40 Prozent rechnen. Das heißt, schöne neue Teile werden hier eingeführt mit der Rutsche. Und ich glaube, der Elefant müsste auch neu sein. Finde ich eine super Sache. Außerdem haben wir jetzt das erste Bild zu einem neuen Lego Star Wars Set. Und zwar zum letzten Büsten Set oder Helm Set, ganz wie ihr es gerne nennen wollt. Der 75274 TIE Fighter Pilothelm wird mit 724 Teilen erscheinen für einen für eine UVP von 59,99 Euro. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den TIE Fighter Helm am besten von den drei Helmen, die wir jetzt halt gesehen haben. Ihr wisst, ich habe ja schon eine News-Folge dazu gemacht zu den neuen Sets. Er sieht einfach irgendwie stimmig in sich aus. Das finde ich bei den anderen noch nicht so ganz. Aber ich denke, da muss man halt auch noch mal in Personen selber sich davor setzen und die Helme noch mal aufbauen und dann gucken, wie gut oder schlecht die Helme dann halt aussehen. Jedenfalls freue ich mich, dass noch ein weiterer dazukommen wird. Besonderheit an dem Helm wird sein, dass dieser zumindest erst mal exklusiv im Lego Online-Job erhältlich sein wird. Die anderen Helme, die kommen auch noch ganz normal in den Handel. Also was bedeutet der Stormtrooper und Boba Fett. Da gibt es auch schon die ersten Rabatte. Also zum Beispiel beim Taschengelddieb, den hatte ich ja noch mal angeschrieben, ob er noch einen Rabattcode machen kann. Der hatte jetzt für 50 Euro drin, das heißt mit 17 Prozent Rabatt. Und zusätzlich könnt ihr auch noch mal den Rabattcode Brickletter benutzen. Den hat er uns noch gegeben. Spart ihr auch noch mal vier Prozent zusätzlich. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch entspannt abwarten, denn das Set kommt halt auch noch in den freien Handel und dann sind halt auch noch mit, ist halt auch noch mit mehr Rabatt hier zu rechnen. Trotzdem noch mal schön, dass es noch einen weiteren Helm gibt, wobei ich auch ein bisschen traurig bin. Denn das sind auch viele Fragen. Was werden die neuen April 2020 Sets von Lego Star Wars? Nun ja, es wird daraus hinauflaufen, dass es halt diese drei Helme gibt. Plus dazu noch den baubaren DO. Und dann war es das eigentlich. Dann kommt im Mai noch das große UCS Set, aber so an kleineren Star Wars Sets kommt im April dann leider nichts mehr. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber das UCS Set ist ja natürlich noch mal Sache, auf die wir uns freuen dürfen. Außerdem gab es noch eine neue Aktion im VIP Premium Center. Keine Sorge, nicht nur diese Aktion. Es gab auch noch weitere. Da kommen wir dann gleich noch zu. Jedenfalls seht ihr hier, da ist eine signierte Mars Canata Minifigur verlost worden, beziehungsweise wird immer noch verlost. Ihr könnt euch mit VIP Punkten ein Ticket für diese Verlosung kaufen. Allerdings in jedem anderen Land außer in Deutschland. In Deutschland funktioniert das leider nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel aus Österreich kommt, da könnt ihr euch dafür halt einschreiben. Und dann seht ihr, da ist so ein Glaskasten. Da ist eine Mars Canata Minifigur drin. Und dieses Bild von Mars Canata wurde dann halt auch noch von der Schauspielerin hier signiert. Eine sehr, sehr coole Aktion. Schade, dass es das nicht bei uns in Deutschland gibt. Allerdings muss man hier natürlich auch zugeben, das Ganze ist natürlich, also die Minifigur ist nicht exklusiv. Die gab es ja auch natürlich auch schon damals in dem Battle of Takodana Set drin. Deshalb bin ich jetzt nicht ganz so wütend darüber. Aber wie versprochen, es wird auch noch weitere kleine Minisets im Lego VIP Premium Center geben. Bisher war das ja eher relativ mau, was es da gab. Aber jetzt wird es das Lego Star Wars Mini Droid Commander Polybag geben. So berichtet zumindest Bricks Fans, eine Lego Ambassador Webseite, die das wohl schon über das interne Netzwerk halt gesagt bekommen haben. Außerdem wird es noch verschiedene Schlüsselanhänger geben und noch zum Beispiel einmal das Nightmare Batman Accessory Pack. Da ist eine exklusive Batman Minifigur drin. Das könnte direkt ganz lustig werden. Diese VIP Punkte erhaltet ihr halt, wenn ihr im Lego Online Shop Sachen einkauft. Dann bekommt ihr automatisch diese Punkte. Und diese Punkte könnt ihr dann online beim VIP Premium Center halt einlösen. Wenn ihr nicht wisst, was das VIP Programm ist und so weiter, habe ich auch noch mal in der Infobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das alles noch mal in Ruhe durchlesen. Außerdem kennen wir jetzt die Verteilungen der Minifiguren in der nächsten Minifiguren Serie 20. Ihr wisst ja immer, es gibt die Minifiguren immer in einer 60er Box. Das heißt, 60 Minifiguren sind in einer so großen Box drin. Und da ist natürlich immer interessant, wie viele von den einzelnen Minifiguren in einer Box drin sind. Jetzt haben wir hier eine Übersicht über die einzelnen Minifiguren, die in der Serie drin sind. Wir gehen die einfach mal ganz kurz durch. Wir haben hier einmal den Pinata-Jungen. Der ist dreimal pro Box durch. Dann haben wir hier die Breakdancerin. Die ist auch dreimal pro Box drin. Dann haben wir hier die Bohle. Die ist viermal pro Box drin. Wir haben hier einen Ritter. Auch sehr interessant mit dem Schild und dem Helm. Der ist tatsächlich fünfmal in einer Box drin. Das heißt, ihr könnt euch rein theoretisch eine Ritterarmee aufbauen. Dann haben wir hier nochmal die Piratin. Passt dann natürlich super zur Pirate Bay. Ist viermal pro Box drin. Wir haben hier die Raketenmechanikerin. Die ist auch viermal pro Box drin. Wir haben das Lama. Das ist auch dreimal pro Box drin. Wir haben die Wikingerin. Einer meiner Favoriten aus der Serie. Dreimal pro Box ebenfalls drin. Dann haben wir hier diesen Power Ranger. Der ist fünfmal pro Box drin. Den Jungen mit den Nunchakos. Der ist viermal pro Box drin. Die Diskus- beziehungsweise Speerwerferin ist dreimal pro Box drin. Der Taucher. Der ist fünfmal pro Box drin. Achtet hier auf die schöne Schildkröte. Dann haben wir den grünen Lego Schlein. Der ist viermal pro Box drin. Und hat so ein Schild mit einer Zehn in der Hand. Weil die Lego Minifiguren Serie jetzt natürlich zehn Jahre alt wird. Wir haben hier einmal diesen Rocker. Der ist dann dreimal pro Box drin. Wir haben das Mädchen im Schlafanzug mit ihrem Kuschelhasen. Die ist dreimal pro Box ebenfalls drin. Und den Drohnenpiloten. Der ist viermal in jeder 60er Box drin. Ich finde die Serie eigentlich ganz in Ordnung. Muss ich sagen. Gibt es schlimmere. Ich hätte mir ja natürlich jetzt hier gerne nochmal so ein Mr. Gold gewünscht. Leider wird daraus wohl nichts. Trotzdem nette Serie und die Verteilung. Ihr seht, keine Minifigur ist einmal pro Box dabei. Außerdem, wie vorhin schon angesprochen, werden jetzt einige große Blockbuster und auch Serien nach hinten verschoben. Was natürlich auch die Lego-Sets betrifft. Unter anderem wird ja zum Beispiel der neue James-Bond-Film verschoben, der Black Widow-Film, der Fast and the Furious-Film sowie die Herr der Ringe-Serie wurde jetzt nach hinten verschoben. Zumindest der Dreh. Dann Stranger Things etc. etc. Falls euch das genau interessiert, guckt bei verschiedenen Filmkanälen vorbei. Jedenfalls wird das auch die Lego-Sets betreffen. Zumindest manche. Zum Beispiel die neuen Lego-Minion-Sets. Die werden mit dem Film nach hinten verschoben. Der Film sollte jetzt eigentlich demnächst in die Kinos kommen und parallel dazu sollten halt die Lego-Sets erscheinen. Die werden jetzt nicht erscheinen. Was mit anderen Filmen ist, wissen wir noch nicht so ganz genau. Es ist aber hier noch mit weiteren Absagen von Lego-Set-Reihen zu rechnen. Weil natürlich, wenn die Stores nicht offen haben, wenn Spielwarengeschäfte nicht offen haben, können die natürlich ihre Sachen auch nicht so gut verkaufen, wenn sie halt nur den Online-Vertrieb haben. Und wir wissen jetzt auch, warum das Lego-Idea-Set vom Tree of Creativity eingestellt wurde. Denn der große Baum, der das Vorbild ist, der im Lego-Haus mitten in der Mitte steht, wird jetzt auch abgebaut. Angeblich war das wohl schon länger geplant. Aber aufgrund der aktuellen Lage kann das Lego-Haus natürlich nicht öffnen. Und deshalb hat sich Lego dazu entschieden, das Ganze jetzt durchzuziehen. Ihr könnt hier Bilder sehen, das ganze Ding wird jetzt nach und nach abgebaut. Finde ich schade. Ich bin selber noch nie im Lego-Haus gewesen, leider. Und jetzt wird der Baum abgebaut. Der Baum wäre eigentlich so einer der Hauptgründe gewesen, warum ich da hingegangen wäre. Aber man kann immerhin den Baum noch betrachten. Und zwar steht er dann vor dem Legoland Castle Hotel. Bin ich mal gespannt, wie lange der da draußen durchhält. Ich bin immer kein so großer Fan, wenn man Lego-Sachen im Outdoor stehen lässt. Aber nun gut, auch Bäume brauchen mal Luft und Sonnenlicht. Deshalb kann ich die Entscheidung nachvollziehen. Es wird auch etwas Neues geben, und zwar eine große Röhrenrutsche, durch die man dann halt durchrutschen kann. Bin gespannt, wie das dann halt zu dieser Lego-Haus-Optik passt. Und endlich können wir auch die Frage beantworten, worum es sich genau bei den neuen Lego Zebra-Sets handelt. Zebra steht hier für einen Codenamen, denn das tatsächliche Set, das dahinter steht, das sind insgesamt vier Sets, hat nichts mit einem Zebra zu tun. Es wird sich hierbei um ein Mosaik-Bild handeln, beziehungsweise um vier Mosaik-Bilder von einmal Marilyn Monroe, dann den Beatles sowie Iron Man und verschiedenen Star-Wars-Schurken. Interessant ist jetzt hier natürlich, dass man die einzelnen Mosaik-Bilder noch umbauen kann. Marilyn Monroe wird man dann auch noch in Andy Warhol umbauen können. Die Beatles wird man natürlich auch in alle vier Beatles umbauen können. Den Iron Man, angeblich kann man einen einzelnen Helm von ihm bauen, plus dann halt eine große Figur, wo er dann halt einzeln auf dem Bild zu sehen ist. Man kann sich das ganze Set aber wohl auch dreimal kaufen und dann untereinander eine große Iron Man-Figur halt mit diesen verschiedenen Mosaik-Bildern bauen. Und bei den Star-Wars-Bösewichten wird es wohl so sein, dass man zum Beispiel Darth Maul, Darth Vader, vielleicht Darth Sidious und eventuell auch noch Kylo Ren mit diesem einen Mosaik-Bild bauen wird. Das finde ich ist eine interessante News. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Wir haben auch schon die ersten Set-Nummern und Preise, wie ihr hier gesehen könnt. 120 Euro finde ich eine Ansage, gerade wenn man bedenkt, dass man im Lego Store so ein anderes Custom-Set für 100 Euro bekommen hat und dann sogar so ein eigenes Gesicht da noch drauf ist. Ich bin gespannt, wer das kaufen wird. Ich stelle es mir nicht ganz so spannend vor, mit solchen 1x1-Teilen ein komplettes Mosaik-Bild aufzubauen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das dann antue. Aber das war es für diese Lego News. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Bis dahin, habt noch einen ganz schönen Tag und tschau.